Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films In Liebe, eure Hilde, der neue Film von Regisseur Andreas Dresen, der am 17. Oktober in die deutschen Kinos kommt. Ich bin Nestu und heute an meiner Seite ist die Lida. Hallo, Lida! Hallo! Lida, willst du mal was total Verrücktes sehen im deutschen Kino, was so noch nie da gewesen ist, wo wir alle sagen, wow, das ist was Frisches, das gab es noch nie? Immer. Her damit. Gut. Dann bist du bei In Liebe, eure Hilde, auch in der falschen Adresse, denn es ist doch wieder Zeit für eine Nazi-Geschichte, beziehungsweise eine Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt oder während des Zweiten Weltkriegs, genauer gesagt, die Geschichte von Hans und Hilde Koppi. Wusstest du, bevor du den Film während der Berlinale gesehen hast, schon, wer Hans und Hilde Koppi waren? Ja. Du bist eine Streberin, so, jetzt habe ich es gesagt. Ja, aber ich wusste es natürlich nicht. Das wusste ich absolut. Okay, nein, ich wusste es tatsächlich nicht. Kannst du unserer Wetten-Zuhörerschaft denn mal eben kurz erklären, zum einen, worum es in dem Film geht, und dann vielleicht auch zum anderen, wer Hans und Hilde Koppi waren? Ja, der Film mit Fokus auf Hilde Koppi betrachtet dieses Paar, das sich im Widerstand gegen die Nazis engagiert hat. Sie haben Funksignale empfangen und auch versucht auszusenden aus Moskau, was damals Feindsender war. Das war nicht gestattet. Die beiden haben sich auch als Teiler einer Widerstandsgruppe engagiert, wurden aber entdeckt und sind beide hingerichtet worden. Das war gerade auch im Fall von Hilde Koppi selbst für die Nazi-Zeit ein sehr hartes Urteil, da sie so ein bisschen so als, ja, um dieses Wort jetzt mal in Anführungsstrichen zu setzen, als arisches Musterpaar gelten und sie auch hochschwanger war, als sie ins Gefängnis kam, ihr Kind im Gefängnis zur Welt brachte und man dann erwartete, dass sie nur als von ihrem Gatten eben beschützte. Also Hans hat versucht, sie zu beschützen, indem er sie als völlig ahnungslos und ganz passiv im Widerstandskampf dargestellt hat. Das war sie in der Tat nicht, aber trotzdem wurde dann sie auch hingerichtet. Das Kind allerdings wurde zur Adoption freigegeben und hat überlebt, also hat dann auch Nachfahren gehabt und ist sehr alt geworden. Der Film begleitet sie eben in jungen Jahren, wie sie gerade aus einer Beziehung, die aufgrund von Distanz nicht mehr so gut klappt und auch, sollte man erwähnen, mit einem jüdischen Menschen, die sie hatte, da ist sie gerade raus aus dieser Beziehung, die ist zerbrochen und sie lernt den jungen Hans kennen, verliebt sich auch Hals über Kopf und er ist aber heimlich am Funken, am Werke und bezieht sie damit ein. Das hat die erwähnten fatalen Folgen. Wir sehen dann also auch in der zweiten Hälfte des Films ausführlich ihre Zeit im Gefängnis erst als hochschwangere Frau und dann als junge Mutter auf einer Sonderstation im Frauengefängnis für Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben oder erwarten. Dankeschön. Was ich ganz amüsant finde, mag hier mal kurz einen Blick hinter unsere Kulissen zu geben. Die Lida und ich haben wirklich gerade eben die Besprechung zu der Christopher-Reef-Doku aufgenommen. Und was mir gerade auffällt ist, dass in Liebe eure Hilde fast ähnlich erzählt wird wie die Christopher-Reef-Doku. Man hat immer diese Erzählung, wenn sie halt inhaftiert ist und quasi ihr Kind geboren wird und sie es halt aufzieht oder ihn aufzieht und dann immer gespiegelt halt mit ihrer Zeit, wo sie ihren späteren Mann dann kennenlernt. Und das alles wird immer so gespiegelt. Also du hast auf der einen Seite die schlimme Zeit halt im Knast und ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn wir sagen, dass sie halt leider auch darauf hingerichtet wird. Und das wird immer dann, wie gesagt, gespiegelt von einer Zeit, der, ich möchte mal sagen, wo es ihr gut ging, wo die Glückseligkeit, sage ich mal, besiegt. Ich hatte nach dem Screening mit ein paar Kollegen, Kolleginnen deswegen schon sehr, nicht heftige, aber durchaus schon sehr, wie soll ich sagen, emotionale Gespräche. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe, warum Andreas Dresen und seine Drehbuchautorin Leila Stegner, heißt die gute Frau, glaube ich, das gemacht haben. Aber ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn die Geschichte klassischer, chronologischer erzählt gewesen wäre. Wie hast du die Erzählung wahrgenommen? Ja, das hätte ich, denke ich, hier auch vorgezogen, insbesondere, weil ich den Eindruck habe, dass dieses Hin- und Herspringen zwischen der idyllischen Zeit, dem Sommer, als sie am See ihren Hans kennenlernt, als sie mit den anderen Mitgliedern der Widerstandsgruppe, die Widerstandsgruppe übrigens, das ist die Rote Kapelle, das kennen einige von euch sicher, als sie dort eben ihre ganzen Aktionen, zum Beispiel gab es ja auch Zettelkleberaktionen, Flugblätter und dergleichen, als sie das mit denen plant, als so ein gewisses Gefühl von Optimismus, von Freiheit, dass man doch noch irgendwie was tun könnte, in der Luft liegt und natürlich auch die junge Liebe wächst und da alles ein bisschen trotz der düsteren Nazi-Zeit rosig noch für dieses Pärchen aussieht, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie nicht ins Feindbild der Nazis zählten. Also für andere war es da wirklich, es waren die Mitte 30er bis späte 30er Jahre, also es sah da ganz finster schon aus für andere Leute, das war keineswegs eine Zeit, als es noch irgendwie entspannt gewesen wäre in Deutschland, aber für die beiden ist es da eben am Stadtrand in Berlin noch richtig schön und lauschig und da blendet der Film immer wieder zurück und auch selbst die Zeit im Frauengefängnis, hatte ich den Eindruck, wirkt doch sehr gepolstert. Da hätte ich mir absolut mehr Härte und auch mehr, ja, Pessimismus gewünscht, denn diese Frau wurde mit, ich glaube etwa einem Dutzend anderer weiblicher Mitglieder der Roten Kapelle, sie wurde geköpft und wir sehen gar nichts davon. Also wir sehen nur noch wenig von ihrer Todesangst, wir sehen nicht, wie sehr sie im Gefängnis leidet, im Gegenteil haben wir da mehr den Eindruck, dass wir da fast so eine Figur der guten Nazi-Wärterin haben, die erst knallhart scheint, aber dann doch eben das Gnadengesuch mit ausstellt und ihre weiche Seite enthüllt. Wir haben die Solidarität der Mitgefangenen und dergleichen und selbst der beim Verhör, da werden ihr dann irgendwie belegte Brote gegeben und der SS-Mann, der sie da in die Mangel nehmen soll, hat eher Mitleid mit dieser so fragil wirkenden, offenkundig schwangeren Frau, die da vor ihm sitzt. Also da fehlt mir wirklich an einigen Stellen der Schrecken, das wirkliche Grauen. Im Prinzip muss man ja auch bei denen hier sagen, erstmal du, jetzt bist du mal wieder dran. Also ich wollte dir eigentlich nur in allem recht geben, nur das Einzige, wo ich es anders sehe, ist halt bei dem Verhör, weil das ist halt so eine klassische, ich profan ausgedrückt, Good Cop, Bad Cop Situation, weil du ja auch wirklich immer an den einen Typen hast, der sich dann wirklich drangsaliert und ich habe das immer mehr so als eine Art Taktik wahrgenommen, dass dieser eine nette Typ da ihr das Leberwurstbrot anbietet, ich hatte immer das Gefühl, der weiß schon genau, was er tut und fand das eher ziemlich perfide. Also das hat bei mir sehr, also da hatte ich echt ein ungutes Gefühl, aber ansonsten gebe ich dir ja wirklich fast von umfänglich recht, ich hatte auch wirklich Probleme mit dieser Wärterin Anneliese Kühn, weil die halt so am Anfang wirklich so ein richtiges Biest ist und also quasi sie am liebsten sofort irgendwie ins Schafott schicken möchte und am Ende halt dann so doch so diese Botschaft kommt so, ja, es gab ja auch nette Nazis so ein bisschen und natürlich gab es auch in dieser Zeit auch Leute, die einfach nur vielleicht gar nicht so schlimm waren, aber dieses, 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 dieses alte Geseier von wegen, ja, nicht alle Nazis waren böse, wird hier schon manchmal ein bisschen arg ätzend ausgespielt. Genau und ganz kurz, es gibt keine guten Nazis, Punkt. Es gibt keine guten Nazis, das ist einfach so. Und wer da im Knast seinen Job hatte zu der Zeit, als schon längst diese ganzen, also diese ganzen Systemanpassungsmaßnahmen durchgeführt waren und durchgeführt wurden, der war schon richtig in Linie mit dem Nazi-System, sonst wäre man da entweder ganz nach unten irgendwo degradiert worden und dann nur noch Putzfrau im Gefängnis gewesen oder eben komplett entlassen. Und das, was ja auch wirklich das Erschreckende und mit Tragische an diesem Fall der Copies ist, so viel haben die gar nicht gemacht. Also wenn man das, der Film versucht, das wirklich maximal aufzubauschen, was die als Widerstand gemacht haben und ich möchte das auch keineswegs hier klein oder schlecht reden, jede Form von Widerstand gegen die Nazis damals war gut und wichtig und richtig und man muss ja auch bedenken, dass das fast schon ein demonstrativer Fall war, der den Leuten auch zeigen sollte, wir machen jeden, egal ob ein Flugblatt geklebt wird oder einen Funkspruch rausgeschickt, der von vielleicht noch nicht mal irgendwo ankommt, wir machen wirklich jeden nieder und fertig, der es wagt, gegen dieses Regime zu sein. Also das hatte durchaus einen gewissen Symbolcharakter, da auch eine junge Mutter knallhart zu verurteilen und zu zeigen, es gibt für alle, die sich gegen dieses Terrorsystem stellen, keine Gnade, kein Mitgefühl. Das lässt der Film aber sehr schwer, sehr schwer greifen. Und dann fand ich es auch etwas bedauerlich, dass er ihre Rolle in dieser Kapelle, in dieser Gruppe sehr schmälert. Sie wirkt immer nur so ein bisschen wie das Anhängsel von Hans und alles, was immer bei ihr zu hören ist, ach Hans, 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 Hans. Dass diese Frau eben auch aus eigener Initiative gegen die Nazis war und eine, also in der Zeit war sie eben so eine so sozialistische Position hatte, davon kriegt man kaum irgendwas mit. Es gibt nur wenige Szenen, in denen sie wirklich als, also aktiv und geschickt zeigt, wie sie durch ihren Intellekt der Gruppe von Vorteil sein konnte. Und das ist eben wieder so ein sehr, ja, latent patriarchalisches Schema, auch wenn hier der Fokus eben auf sie gesetzt wird und nicht auf Hans Koppi. Mein Problem war auch wirklich, und ich, wie gesagt, ich wusste nicht, wer Hilde und Hans Koppi sind. Und der Film hat es bei mir einfach nicht geschafft, mir auch mal richtig zu erklären, was machen die jetzt da eigentlich genau. Ich wusste halt irgendwann nur irgendwie, okay, Klebezettel, Morsecoats und so. Und am Ende des Films kommt ja auch ihr Sohn, der, glaube ich, mittlerweile auch über 80 ist, nochmal zu Wort und erzählt auch ein bisschen was. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich aus dem Film rausgekommen bin und mir wirklich klargemacht worden ist, was haben sie jetzt eigentlich genau gemacht. Also das hat mir einfach gefehlt. Das fand ich wirklich schade, weil ich, der Film inszeniert es so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, als, also du hast ja gesagt, das ist, was, die Rote Kapelle war jetzt gar nicht mal so groß und so wichtig anscheinend. Aber es wird halt so inszeniert, als wäre es wirklich Bube, Dame, Ass, Spion. Und das hat sich für mich auch ein bisschen gebissen, weil ich nicht, manchmal nicht wusste, okay, das war jetzt schon wirklich groß, was sie gemacht haben, weil dann kommt da auch irgendwie noch so ein Spion oder so aus Russland und dann am Ende heißt es aber, nee, es war eigentlich gar nicht so wild. Und ich finde, man muss, man darf nicht erwarten, dass so dumme Leute wie ich ins Kino gehen und sofort wissen, wer Hans und Heli Koppi sind. Und da lässt der Film, wie ich finde, ein paar Sachen auch echt unschön liegen. Ja, das ist in der Tat so, dass man da hätte wesentlich deutlicher zeigen müssen, was die beiden eigentlich machen. Sie hatten zum Beispiel, das war den Nazis ganz sicher bekannt, Kontakt aufgepreist. In den 30ern hatten die beiden schon Kontakt geknüpft zur KPD. Das war die Kommunistische Partei Deutschlands. Und gerade nachdem der Reichstag ja abgefackelt wurde, wurden da viele Mitglieder der KPD einfach willkürlich verhaftet. Die beiden haben Radio, also diesen Moskauer Sender haben sie abgehört. Das galt als Feindsender. Also überhaupt schon diesen Sender zu hören war verboten. Und was sie gemacht haben, waren die Adressen deutscher Kriegsgefangener, die da ausgestrahlt wurden von Radio Moskau, haben sie notiert. Und die Namen, um dann eben auch per Radio oder auch manchmal persönlich, wenn es ihnen möglich war, die Verwandtschaft zu informieren, dass ihr Sohn noch am Leben ist oder je nachdem gefallen. Also relativ moderat. Dann gab es da einige antikommunistische Ausstellungen und Propagandaveranstaltungen, die sie zum Beispiel mit Flugblättern und so Klebezetteln und Postern und so boykottiert hatten oder gegen die eben Stimmung gemacht. Und ansonsten war es das denn schon. Die haben auch versucht, selber Funksprüche rauszusenden. Aber so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist nur ein einziger Funkspruch tatsächlich irgendwo angekommen. Und diese Funksprüche waren eben auch die Benachrichtigung, wer in Russland in Kriegsgefangenschaft noch am Leben ist und vielleicht Weihnachts- oder Geburtstagsgrüße oder irgend sowas in der Art an seine Familie verschickt. Also in sehr kleinem Rahmen. Insbesondere, wenn man anschaut, welchen Effekt das denn hatte. Also die haben da sicherlich jetzt nicht irgendwie dem Regime in irgendeiner relevanten Form einen Schaden zugefügt. Aber sie wurden eben, ich glaube, Hochverrat war das. Ja, 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 ja. Ich muss auch sagen, wenn es dann zum Ende zugeht, hat mich das fast von seiner Kühleheit fast schon ein bisschen an Andreas Dresen und anderen Filmen erinnert. Halte freier Strecke, weil es dann schon eine gewisse Erbarmungslosigkeit hat. Aber dadurch, dass halt das immer wieder quasi unterbrochen wird, halt eben mit dieser Rückschau zu einer Zeit, in der es ihr besser ging, hat es irgendwie nicht die Wirkung verfehlt. Aber es wurde so ein bisschen für meinen Geschmack halt verwässert. Und ich muss halt auch sagen, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, wenn dann immer wieder so Momente kommen, wo der Film mir wirklich versucht zu suggerieren, ja, du wirst halt jetzt sterben, aber hey, es gibt ja noch sowas wie Hoffnung und Liebe, wenn halt eben dieser, ja, Gefängnisfahrer, gespielt von Alexander Scheer, da auftaucht. Und ich möchte niemanden das nehmen, irgendwie kurz vor dem Tod noch irgendwie zu beten oder so. Aber ich habe halt diese Hilde Koppi jetzt auch nicht als sondern nicht religiös wahrgenommen. Und das war auch so eine Figur, die, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die war letztlich dafür da, um auch ein paar Sachen vielleicht abzumildern. Also das, ich weiß es nicht. Ich habe diese Figur einfach nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss auch sagen, auch da kommt dann wieder so dieses Ding raus, so es gab ja auch gute Nazis. Und das stört mich einfach vehement. Ja, das hat für mich auch einen ganz, ganz üblen Beigeschmack. Und auch ihre Zeit überhaupt im Frauengefängnis, das sieht dann doch oft zu gemütlich aus. Manchmal hat man wirklich, also, pardon, aber so ein bisschen den Eindruck, als ob das da so ein Mädchenschullandheim wäre oder dergleichen. Also so schön, denke ich, war der Knast zur Nazizeit ganz sicher nicht. Und auch eben, dass die Frauen da alle relativ gut versorgt wirken und die Kinder alle recht proper aussehen, das fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass das so bequeme Umstände noch waren. Ja. Also da hätte ich mir sicher, also mehr, also mehr Härte gewünscht, auch mehr, ich hätte es mir alles auch dreckiger gewünscht. Vielleicht habe ich auch ein verzerrtes Bild, aber das wirkt äußerst optimistisch. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass der Film auch außerhalb von Gefängnissen, also auch wenn du halt ihre Vergangenheit siehst, es wirkte immer so seltsam, es wirkte immer alles so leer, als ob sich der Film wirklich nur um diese Hauptfiguren kreist. Aber wenn die zum Beispiel so über die Straße gehen, wirkt das teilweise auch immer so menschenleer. Und ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, war es hier diese Romantverfügung, die Mittagsfrau gesehen, der ja auch so in der ähnlichen Zeit spielt und der hat das wesentlich besser transportiert, dass es halt eben dieses Leben in Nazi-Deutschland halt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier wirklich Teil eines Lebens bin, sondern immer nur halt, dass sich alles nur um sie zirkuliert hat. Ja, wir haben das Gefühl, wir sind hier so völlig entrückt in so einer surrealen Vorstadtwelt am See, wo alles noch in Ordnung ist. Und das wird auch in keiner Weise irgendwie gebrochen, dieser Eindruck, sondern der wird uns als Realität präsentiert. Und es wird auch sehr klein geredet, wie zum Beispiel der Nazi-Terror durchaus sich bemerkbar macht. Etwa, dass der frühere Freund von Hilde Koppy, mit dem sie dann die Beziehung abgebrochen hat, Franz Karma war das. Wir sehen auch einmal seine Mutter, Ella Karma, ganz kurz in einer Szene, die übrigens, was der Film uns niemals sagt, KZ gelandet ist und dann vergast wurde. Und dass ihr früherer Freund eben fliehen musste und sie da so ein bisschen rummurkelt, ach na ja, er hat sich ja nicht mehr gemeldet und was ist denn mit dem? Und dass die Mutter da von Franz, diesem Ex-Freund zu der Mutter von Hilde Koppy kommt, ein bisschen um Lebensmittel da offenbar schnort und deren Unterstützung irgendwie möchte, aber die nicht so richtig kriegt. Da wird dann mehr so das negatives Licht auf diese verfolgte, bedrohte Frau gelenkt, von deren Schicksal wir hier ganz systematisch auch nichts weiter erfahren. Und es wirkt mehr so, als ob die so ein bisschen hysterisch, so ein bisschen lästig und gefährlich für die Hilde Koppy wäre. Also so eine ganz, ja, unangenehme Verzerrung findet da statt. Und so hat der Film öfter so einen fragwürdigen Tenor, wo ich denke, da hätte man durchaus realistischer sein müssen, aber auch ein bisschen kritischer mit der Position dieser Figuren, die ja durchaus eine geschützte oder privilegierte Stellung hatten und ich denke, zum gewissen Teil vielleicht auch gar nicht so ernst genommen haben, was sie da tun. Also sich vielleicht gar nicht vorstellen konnten, welche vehementen und, wie wir alle wissen, tödliche Konsequenzen das hat, was sie da machen. Sondern vielleicht dachten, naja, wenn wir erwischt werden, die klopfen uns ein bisschen auf die Finger und das war's. Ja, genau das Gefühl hatte ich auch, weil sie die Sachen halt tun, die aus, da hab ich schon gesagt, die wirken, als wären sie Superspione, aber letztlich benehmen sie sich halt wie, ja, wie Heranwachsende. Die glauben, sie würden jetzt die Welt verändern, weil sie halt eben, ja, ein paar Sticker irgendwie aufkleben. Also ich natürlich, was sie gemacht haben, war super und gut, ne, das haben wir ja auch schon gesagt, aber wie gesagt, der Film kriegt das nicht so richtig hin. Ich möchte da aber auch mal was Positives sagen. Ich mochte halt wirklich sehr die Hauptdarstellerin Lisa Fries, die halt Hilde Koppi spielt. Da muss ich vollumfänglich sagen, also wenn es etwas gibt, was mir in dem Film wirklich herausragend gut gefallen hat, dann war es ihre Performance, weil sie es wirklich sehr gut hinbekommen hat, Verletzlichkeit darzustellen, genauso wie eine gewisse Stärke. und die letzten Minuten im Leben der Hilde Koppi, wie Andreas Dresen, die zumindest einfängt, fand ich dann doch wirklich sehr bewegend und auch sehr gnadenlos. Und wie gesagt, für mich Liv Lisa Fries ganz klar, wie im Englischen sagt man, die MVP dieses Films. Wie hast du ihre Leistung zu bewerten? Oh ja, sie ist da absolut eine großartige Darstellerin. Man kann dem Film darstellerisch wirklich gar nichts vorwerfen. Sie trägt das auch und gibt der Rolle sicherlich mehr Tiefe, als sie im Drehbuch vielleicht sogar hatte. Und schafft es da, so emotionale Nuancen rauszuarbeiten, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die nicht so unbedingt von Dresen da reingesetzt wurden. Also auch die Nebendarstellenden hier Johannes Hegemann und Lisa Wagner haben wir noch in zwei wichtigen Rollen. Das machen die beiden sehr gut. Man sollte vielleicht auch zu dem etwas am Anfang gerade naiven Verhalten der Koppis sagen, die waren ja auch noch sehr jung. Gerade Hans, der war ja, als er hingerichtet wurde, war er 25, 26 oder so. Und da hat er ja schon ein paar Jahre im Gefängnis gebracht. Also als die beiden, Hilde war etwas älter als er. Sie ist glaube ich neun oder zehn, also 1909, 1910 oder so ist sie geboren. Also sie war denn schon, als sie hingerichtet wurde, schon in Anführungsstrichen war sie irgendwie Anfang 30. Aber als sie angefangen haben mit dem Widerstand, war sie ja auch erst in ihren frühen 20ern. Das waren sehr junge Menschen. Da jetzt diese Reife oder Voraussicht zu erwarten, die vielleicht jemand Mitte 30 oder 40 hat, das wäre natürlich verfehlt. Gerade weil die beiden ja auch dann sehr bürgerlich geschützter, sicherer Umgebung aufgewachsen sind. Lida, hast du noch irgendetwas, was du zu in Liebe eure Hilde loswerden möchtest, außer dein Fazit? Ich möchte nur noch eine ganz kleine Information dazugeben zur Roten Kapelle. Das war vielleicht etwas schwammig. Was war denn jetzt eigentlich die Rote Kapelle? Genau genommen war das ein Kampfbegriff der Nazis für verschiedene kleinere Organisationen, die nicht alle, auch wenn Rot immer so klingt und von den Nazis natürlich auch gezielt gewählt wurde, die nicht unbedingt kommunistisch waren, sondern vor allem Regimegegner. Und damit handelt es sich zum Teil auch um unabhängig voneinander agierenden Gruppen. Also wenn man alles, was unter diesem Begriff fällt, sich anguckt, dann gab es da wirklich mehrere hundert Leute, die sich engagiert haben. Aber die waren nicht ein super vernetztes Spion und geheimen Kollaborationsnetzwerk oder so, wie die Nazis sich das gedacht oder wie sie es zumindest porträtiert haben und nach außen dargestellt haben. Das waren eben so ähnlich, wie wir das hier im Film schon, in dem Punkt macht der Film das gar nicht schlecht, relativ realistisch sehen. Kleine Gruppen von Leuten, von Freunden oft, die kleine Aktionen gemacht haben und sich dann manchmal mit den anderen ein bisschen vernetzt, aber keineswegs da in irgendeiner Superkoordination oder nach Befehlen von oben oder so gehandelt haben. Also das war alles mehr eine lose Organisation. So wie dazu. Ja, wieder was gelernt. Danke, Lida. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit zu In Liebe, eure Hilde. Ich springe einfach mal vorweg und sage, der hatte schon wirklich Szenen, die bei mir funktioniert haben, die einen gewissen Impact hatten. Das lag vor allem an Liv Lisa Fries, die hier wirklich einen raushaut. Das war eine ganz herausragend tolle Leistung von der Frau. Andreas Dresen hat in seiner Karriere schon wirklich bessere Filme gedreht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt schlimmere Filme, die man sich angucken kann über das Thema. Aber gerade wenn es um das Thema Erzählungen geht und gerade halt diese Truppe aufkommt, von wegen, es waren ja nicht alle schlecht, gab es da schon so ein paar Momente, wo ich wirklich sage, da kam mir ein bisschen die Kotze hoch. Aber wie gesagt, Liv Lisa Fries ist, glaube ich, für mich Grund genug, diesen Film anschauen zu wollen. Noch mal anschauen wollen? Na, ich glaube nicht, aber ich habe es nicht bereut, sagen wir es so. Und deswegen, wenn ihr, wenn euch das interessiert, geht da gerne ins Kino. Ab dem 17. Oktober läuft er glieder. Dein Fazit bitte zu in Liebe, eure Hilde. Ja, es ist ein weiterer Film, der bereits wie Andreas Dresens letztes Werk, Rabio Kurnatz versus George W. Bush, sich ganz auf eine starke Hauptdarstellerin stützt. In diesem Fall eben Liv Lisa Fries, die, wie es du schon richtig sagte, hier diesen Film wunderbar und bravourös trägt. Wenn sie nicht wäre, müsste man sich das Ganze nicht ansehen. So lohnt es sich aber auch, um ein wenig Einblick zu bekommen in das Leben und wirken zweier der kleineren Widerstandskämpfenden zur Nazi-Zeit, die hier allerdings wie so oft etwas zu rosig darstellt. Und wie ich es du schon sagte, es gibt keine guten Nazis und die wollen wir nicht sehen auf der Leinwand. Also hier eines der definitiv schwächeren Werke Andreas Dresens, das aber trotzdem noch handwerklich gut gemacht ist und darum allgemein eine Sichtung wert ist. Vielleicht habt ihr ja auch etwas Interesse, euch etwas mehr über dieses Paar und seinen Kreis zu informieren. Genau. Wenn ihr jetzt sagt, verdammt, ich bin Nazi, dann tut es mir leid, aber dann bitte kommt nicht zu unserem Community-Server, tete-stammtisch-discord. Wenn ihr keine Nazi seid, könnt ihr dort gerne vorbeischauen, uns Feedback geben, mit uns plaudern und sonstigen Quatsch machen. Ihr könnt auch sehr gerne unsere normale Webseite besuchen, www.tele-stammtisch.de Ihr könnt auch gerne überall, wo es Likes und Podcasts gibt, uns folgen und kommentieren, auch dort und liken und was man sonst noch alles machen kann und würde uns freuen. Ich sage vielen Dank, was zuhören und sage bis zum nächsten Mal und Lieder, die gebührt das letzte Wort. Ja, Nazis raus und alle anderen sind willkommen. Macht's gut, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.